Hallo, das ist die Lena und ich nehme mich heute mit durch den Tag. Viel Spaß! Wir sind jetzt fertig ausgerüstet und für uns steht heute der Tag beim Einzelstraining an. Wir sind fertig ausgerüstet und wir sind fertig ausgerüstet. Wir sind fertig ausgerüstet und wir sind fertig ausgerüstet und wir sind fertig ausgerüstet. Die Schule ist geschafft für heute. Jetzt gibt es einen kurzen Zwischenstopp im Auto, Pause, Kornspitz und dann geht es weiter ins Training. Fertig umgezogen und los geht zum Krafttraining. Wir sind fertig ausgerüstet und wir sind fertig ausgerüstet. Wir sind fertig ausgerüstet. Krafttraining ist erledigt für heute. Jetzt weiter geht es in die Schwimmhalde. Heute habe ich ein Rezept für ein 7km Training bereitgestellt. Wir fangen mit einem großen, gerechtigen Einschwimmblock an, damit das Krafttraining ein bisschen gut verkraftet wird. Danach starten wir mit einem sehr großen aeroben Ausdauerblock, mit einer Prise Technik, mit einem Schuss Wassergefühlsübungen. Und zu guter Letzt kommt ein großer Block Beine, womit wir das anstrengende Training beenden und die 7km auf uns wirken lassen und glücklich ins Bett fallen können. Schluss. Lauf. … … … … Musik 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 Das Training ist geschafft für heute, jetzt geht es nach Hause was essen, die lernen Speicher auffüllen und dann geht es bald ins Bett, damit ich morgen wieder fit bin. Ciao, schönen Abend euch! Vielen Dank!